und mein FPS verabschieden sich schon wieder und 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 darf eigentlich jetzt ganz gut und 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 Sonne, Sonne, Geld, Doppel Sonnenblumen, wenn ein paar Doppel Sonnenblumen gepflanzt sind, dann geht das auch alles mit den Sonnenblumen, dann geht es auch recht schnell voran. Und dann geht das auch weiter. st so schnell noch hingepflanzt so ach nee hey wie soll ich nie Luftballon loswerden würde mich verarschen kacke okay ich wissen wie ich muss machen so wir brauchen erstmal dich dich auf jeden Fall also euch zwei und dich ich bin die schüttlich und die dann kommen wir das magische wie Blatt dann 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 um sie doch wie lustig aus diese Riesenweil muss in so ein kleines Blumentopf so Blumentopf und Walnuss die Mikrat den Blick auf die Wallnisse da oben versperrt meiner Leiste ich kann auch bescheiden dass ihr hier macht BAM BAM so haben wir dort 300 voll das heißt Melona ach man ich bin auch außerhalb des Spiels gekommen Gott sei Dank das Spiel hat sich abgestürzt ich hoffe auch die Aufnahme leidet nicht drunter ja schön mit lona weggefressen ja die schöne teure melone du kommst du nicht durch die drei so fehlt uns noch einen monat und da noch was ok ok ditte 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 du und du und so fast schon eine überlegung wert aber nee kann man nicht machen weil die euren luftballons wieder mit am start sind gleich kommen unsere lohnreihe voll machen ungefähr jetzt die melone hauen eigentlich ganz gut rein hoch wo ist jetzt meine maus habe gerade meine maus gesucht ach mensch fang doch einfach nur die sonne ein fútbol spaß die kann das butter ding nicht mal butter werfen soll tut es nicht ist immer das gleiche mit der karte gott sei dank muss jetzt wenigstens ok ok Mh, 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 mh. Dum, 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 dum. Er geht mir auch um, zack. Ich habe zwei Melonen gefressen, die Herrscher. Huuu, schnell eine Melone pflanzen. Gut, wir haben immer noch die scheiß Luftballons am Wanst. Ähm. Das heißt, Wehblatt. Das. Blumentöpfer auf jeden Fall. Ah, du wieder. Standortausführung. So, letzte Flagge. Dum, 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 dum. Ich ruste jetzt mal ein bisschen auf mit den Melonen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020